Ich begrüße euch recht herzlich hier aus China. Wir sind immer noch im Basislager, da wollen wir aber nicht lange bleiben. Wir sind gerade unterwegs zu unserer Auftraggeberin. Also wir haben ja in der letzten Folge an der Abenteuer-Tafel schon einen Auftrag angenommen. Ich habe euch ja hier jetzt noch nicht ganz so viel gezeigt. Deswegen wollen wir hier gleich loslegen und richtig durchstarten. Und die Esmeralda bevorzugt natürlich auch hier ihren Besen, auf dem sie jetzt zu unserer Kontaktperson hin reitet. Ja, und in der Zwischenzeit, wie wir hier jetzt so unterwegs sind, wollte ich nochmal sagen, wir können Geschenke annehmen. Nein, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Aber das machen wir jetzt trotzdem mal kurz. Die kleine Muff hat uns was geschickt. Ein exklusives Geschenk aus die Sims Supernatural. Dankeschön, kleine Muff. Da muss ich bei Gelegenheit auch was zurückschicken. Oder vielleicht machen wir das gleich jetzt. Wir haben... Oh, wir können uns vorübergehend in einen Zombie verwandeln. Ja, wenn ihr das wollt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Das wäre bestimmt mal lustig. Das können wir ja mal bei Vollmond, können wir das vielleicht mal machen. Und ich würde sagen, wir schicken der kleinen Muff jetzt natürlich auch etwas zurück. So, ich würde sagen, wir schicken ihr... Ne, das wieder zurückschicken wäre ja blöd. Schicken wir doch auch was aus Supernatural. So, herzlichen Dank für den Trank. Oh, das reimt sich sogar. Was sich reimt, ist gut. Hier ist auch ein Geschenk für dich. So, abschicken. Sehr schön. Okay, das wäre also erledigt. Wir haben 600 Zufriedenheitspunkte bekommen. Und jetzt unterhalten wir uns mal hier mit der Dame. Wir haben 10 Visumpunkte erhalten. Über die habe ich euch ja schon aufgeklärt in der letzten Folge. Von denen braucht man halt sehr viele, damit man sich dann auch so ein Ferienhaus hier kaufen kann. Und jetzt lese ich mal hier vor. Zum Glück hat sich endlich jemand gemeldet. Los jetzt, es gibt viel zu tun. Ich habe gehört, dass eine Kruft ganz in der Nähe einen wertvollen Schatz beherbergen soll. Wenn du ihn mir bringst, erwartet dich eine hübsche Belohnung. Mit diesem Schlüssel gelangst du in die Kruft. Worauf wartest du noch? Mach schon. Ja, Ziel ist es also hier ein antikes Relikt für Maya Wang zu beschaffen. Und wir bekommen Simoleons und antike Münzen als Belohnung. So, das werden wir allerdings natürlich sofort tun. Wir sollen jetzt in die Hallen der verlorenen Armee. Da muss man aber vorher auf jeden Fall erstmal schauen, wie das hier aussieht mit unseren Bedürfnissen. Die sind soweit eigentlich Paletti. So, aber wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal hier auf den Markt. Weil wir können uns nämlich erstmal Ausrüstung kaufen, wenn wir jetzt in so eine Kruft gehen wollen. Also hier sehen wir auch schon die Hallen der verbotenen Armee, wo wir dann rein müssen. Wenn wir jetzt in so eine Kruft gehen wollen, dann sollten wir auf jeden Fall erstmal hier auf dem Markt uns Ausrüstung besorgen. Deswegen besuchen wir den jetzt mal. Ja, was wollte ich euch noch erzählen hier über China? Also was wir auf jeden Fall auch mal noch machen wollen, ist ein bisschen Kampfkunst erlernen. Das haben die nämlich, finde ich, die Entwickler wirklich schön animiert. Ja, wir gehen jetzt erstmal auf den Markt. Dann können wir die China-Pfanne essen. Ich habe mir auch überlegt, ich will so ein bisschen den Urlaubswünschen von unserer Esmeralda entsprechen. Ja, es ist auch sehr schön, dass es hier nicht regnet. Und wir haben die verbotene Stadt besucht. Ja, da könnte man jetzt auch ein Foto machen. Aber das lassen wir mal bleiben. Wir wollen ja eigentlich... Ach, das ist ja klar, dass sie hier wieder direkt nichts anderes zu tun hat, als in den Bücherladen zu gehen. Wir wollten eigentlich Essen kaufen. Und zwar wollten wir eine China-Pfanne. Ja, weil ich fürchte, wir werden nicht genug Geld dafür haben. Mal ausprobieren. Wir werden dann wahrscheinlich auch leider ohne Ausrüstung in die Kruft gehen müssen. Ähm, naja, dann dürfen wir halt nicht so gefährliche Sachen machen. Dann ist es halt... Dann ist es für die erste Krufterfahrung halt eben so, dass wir keine... Dass wir keine Ausrüstung haben. Hier sehen wir jetzt schon allerlei leckere Sachen. Ananassaft und weiß nicht was alles. Dim Sum. Und ich suche eigentlich was ganz Bestimmtes. Nämlich genau das, was sie sich wünscht. Eine China-Pfanne. Komm, du wirst doch China-Pfanne haben. Wir sind in China. Hm, Pfannkuchen. Ich hoffe, ich bin jetzt schon drüber gerutscht. Weil wir sind schon bei P. Lasagne. Obwohl das durcheinander zu gehen scheint. Nee, doch nicht. Dann müsste es aber da oben sein, wenn... Wenn es wirklich nach dem Alphabet geht, dann müsste es ja hier... Ist es nicht. Hm. Gut. Hat keine China-Pfanne. Dann können wir das halt jetzt nicht machen. Dann würde ich doch sagen, da wir jetzt uns auf dem Markt hier erstmal ein bisschen umschauen. Also hier gibt es einen wunderbaren Teich. Könnte man übrigens auch drin schwimmen oder schnorcheln. Dann gibt es halt hier einen Reliktladen. Da kann man besondere Sachen kaufen oder auch verkaufen. Das werden wir aber ein anderes Mal noch machen. Hier kann man halt zum Beispiel neue Rezepte kaufen. Ähm, für Gerichte. Wahrscheinlich könnten wir uns die China-Pfanne dann selber machen. Müssen wir mal sehen, ob wir das in diesem Urlaub noch hinbekommen. Ja. Okay. Und hier, wie gesagt, gibt es Essen. Und es gibt aber auch noch einen Kramladen. Muss ich mal suchen, wo der ist. Nee. Ich meine, der müsste eigentlich... Da müsste man hier ein Stockwerk hochschalten. Deshalb. Also, hier ist ein Kramladen und da kann man sich halt Zelte kaufen und irgendwie Express duschen und was es da alles noch so gibt. Und wir begnügen uns jetzt aber mal damit, dass wir nichts haben und wagen uns einfach mal total unvorbereitet ins Abenteuer. Also hier sieht man schon die Pagodendächer. Ist halt China. Ist ja irgendwie auch klar, dass es in diesem Stil gehalten wird. Und wir gehen dann mal hier die Hallen der Verbotenen Armee besuchen. Dass du immer was zu lesen hast. Ehrlich? So, meine Liebe, wo bleibst du denn? Ich will ganz kurz was erklären. Das läuft jetzt hier alles ein bisschen anders, als man das so von den Sims kennt. Das ist jetzt wirklich so, dass wir unseren Sim richtig verfolgen. Jetzt haben wir eine Bodenplatte, die kann man auslösen, indem man sich draufstellt. Die Bodenplatte wiederum öffnet eine Treppe. Und wir wollen jetzt auch nicht hier diese Statuen bewundern. Hier kann man jetzt nicht sonst viel machen. Wir wollen natürlich die Treppe nach unten nehmen, weil wir wollen ja wissen, was uns da unten erwartet. Hier natürlich die wunderschön animierten Backszenen des Kellers. Ja, und jetzt sehen wir schon. Hier kann man was lesen. Das machen wir jetzt auch mal. Auch wenn das zwar für mich ein alter Hut ist. An die Wand ist eine... Ich muss mal hier kurz Pause machen, sonst geht uns zu viel Zeit von unserem Urlaub drauf. An die Wand ist eine Nachricht geschmiert. Jeder gute Forscher sollte immer ein Zelt und getrocknete Lebensmittel griffbereit haben. Der Eingang hat sich hinter mir geschlossen, doch zum Glück bin ich vorbereitet. Ich bin zuversichtlich, dass ich schon bald einen Ausgang finden werde. Hm, naja. Zum Glück ist der Eingang hinter uns noch nicht verschlossen. Und wir haben einen Schlüsselstein bekommen. Den legen wir gleich mal hier ein. Und... Ja. Sie wünscht sich, eine geheime Tür zu finden. Das werden wir hinbekommen. So. Das ist auch schön. Das ist für euch wahrscheinlich auch einfach mal wieder ein bisschen spannender. So, hier ist seit Ewigkeiten niemand mehr gewesen. Deswegen wird es Zeit, dass wir jetzt durch die Tür gehen. Und hier finden wir unseren ersten Schatz. Und zwar sind das antike Münzen. Können wir uns derweil schon mal auf die Bodenplatte stellen. Esmeralda Gewitter hat 30 antike Münzen gefunden. Dein Sim-Haushalt verfügt jetzt über insgesamt 30 antike Münzen. Gut, die Tür ist offen. Aber wir haben ja hier noch eine Statue und die kann man ziehen. Beziehungsweise auch schieben. Ihr seht nämlich, wenn wir von der Plattform wieder runter gehen, verschließt sich die Tür wieder. Ist der eigentlich kein neuer Trick. So, dann ziehen wir mal weiter an der Statue. Jetzt haben wir die hier draufgestellt. Und dann können wir tatsächlich durch die Tür gehen. Ich muss immer alles genau ansehen, weil man kann auch Wände untersuchen. Und auch da kann man versteckte Türen finden. So, jetzt sehen wir schon eigentlich, was wir machen müssen. Wir müssen die Statue hier draufziehen. Und ich will mal versuchen, einen Screenshot davon zu kriegen. Obwohl das jetzt ein bisschen doof ist, dass sie an Geschenke denkt. Warte mal. Und ihr seht übrigens, wir haben hier auch eine Fähigkeitenleiste. Weil man kann mit der Zeit besser werden, da drin diese Statuen zu verschieben. Fallen zu entschärfen. Und weiß der Geier, was man noch alles machen kann. Jetzt wollen wir mal hier... Wir wollen jetzt mal hier einen Screenshot von dieser... So. Von dieser Statue wollte ich einen Screenshot. Ist zwar jetzt nicht der schönste geworden, aber vielleicht bekommen wir noch einen besseren. Das werden wir mal sehen. Ich habe mir ja vorgenommen, die Thumbnails auch ordentlich zu machen. Auch wenn ich damit manchmal ein bisschen hinterher hinke. Das wird alles nachgeholt. So, dann stell dich mal hier auf die Platte. Damit die Tür auch aufgeht. Ja, will nicht so klappen, oder? Vielleicht sind wir nicht schwer genug. Musst du mal mehr essen, Esmeralda. So, wir können durch die Tür. Und sind gespannt, was uns hier erwartet. Okay, ich mache mal wieder auf Pause. Der Gesichtsausdruck ist genial, oder? Also, das gehört ein Foto. Das gehört sich auf jeden Fall ein Foto. Auf jeden Fall. So, also, ich vermute mal, sie war eben auch noch nie in einer Gruft. Ja, was wollte ich sagen? Hier ist eine Falle. Die lässt sich auf verschiedene Art und Weisen deaktivieren. Entweder wir können versuchen, sie zu überqueren, oder wir können versuchen, sie zu entschärfen. Oder im einfachsten Fall, wie hier, haben wir Glück. Und wir schieben einfach mal die Statue auf die Falle drauf. Und dann sehen wir, was passiert. Übrigens schieben wir diese Statuen immer genau ein Feld weiter vor. Wenn ich jetzt weit schieben drücke, nur um es mal vorzumachen, dann schiebt sie die Statue so lange weiter, bis es nicht mehr geht. Also, sie würde die jetzt bis hinten da an die ganze Wand schieben. So, das wollen wir ihr mal ersparen. Das muss sie ja jetzt nicht machen. Hier ist nichts. Hier gibt es einen Schutthaufen. Den können wir auf jeden Fall entfernen. Da holt sie dann mal so einen Spitzheil eben aus der Hosentasche. Jetzt wünscht sie sich mit Magie zu spielen. Kein passender Moment, Fräulein. Obwohl so schlecht ist das gar nicht, dann hätten wir einen Apfel. Den könnten wir dann mal essen. Könnten wir mal eine kleine Proviantpause hier machen. Das war's. Ja, das war's. Ja, das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020